Letzte Bettwäsche zum Weltspartag. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause. Sie können sich schon mal einwählen, denn ich kann Ihnen alles versprechen. Diese Bettwäsche wird sehr schnell weg sein. Wir haben hier ganz tolle Farben, eine ganz tolle Qualität. Sie kommen jetzt schon mal in die Leitung. Wir machen eine Pause von 10 Sekunden und dann geht's weiter. So, meine Damen und Herren, weiter geht es jetzt bei uns mit der Hammeraktion des heutigen Tages. Das kann ich Ihnen versprechen. Die allerletzte Bettwäsche heute hier bei uns zum Weltspartag. Und das wird jetzt eine Aktion, da werden Sie alle schauen. Eine Stückzahl, die so nicht vorgesehen war und ein Preis, der so auch nicht vorgesehen war. Ich sage, nicht top, die Wette gilt, sondern top, die Aktion wird gestartet. Sehr verehrte Fernsehzuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit den dazupassenden Spannbettlaken. Das Tolle, auch hier habe ich wieder die ganz tolle, flauschig-weiche Biber Deluxe-Qualien im Preis. Die Maße hier 1 Meter auf 2 Meter, auch die Standardmaße auf 60 Grad übrigens waschbar. Super angenehm, leicht, weich, aber vor allem auch flauschig, kuschelig, warm. Und das Tolle, das möchte ich Ihnen jetzt auch gleich einmal zeigen, können wir das einmal zeigen. Schauen Sie mal. Nämlich, wir haben hier eine ganz tolle Mikrofaser-Qualität. Wir haben nicht nur Spannbettlaken, die an den Seiten diesen verstärkten Gummizug haben, sondern der Gummizug geht hier komplett außen herum. Schauen Sie mal. Kann man auch noch ein bisschen schön ziehen. Also, wenn Sie auch eine bisschen größere Matratze haben, gehen die auch noch wunderbar. Die sind sehr großzügig genäht. Mensch, sind die weich. Sind die weich. Und die passen so schön zu der Bettwäsche. Schau mal, wie toll die passen. Ein ganz, ganz toller Farbton, muss ich wirklich sagen. Richtig schön warm. Wir haben von unten und von oben. Da können Sie sich ein richtig schönes Winternest bauen. Och, da möchte man gar nicht, da würde ich sogar einen Winterschlaf. Och, ich werde igel. Ja, also. Ne, und vor allem, man legt sich auch nicht wund, ja. Wirklich, das waren auch so harte Spannbettlaken, ja. Die waren sowas von rau und kratzig. Also, das mag ich nicht. Ich mag es auf der Haut immer schön weich und kuschelig. Das ist das Traumhafteste. Also, ich mag das nicht so rau. Na, 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 na. Das kommt mir nicht ins Haus. Übrigens, auch hier die letzten Spannbettlaken zum Weltspartag. Toller Schnäppchenpreis. Das Knackelset. Nein, ich sing jetzt noch ein Lied. Ich sing jetzt noch ein Lied. Okay, ich sing nicht. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Imagination, life is your creation. You can brush my hair and brush me everywhere. Also, hier haben wir die pinken Laken, meine Damen und Herren. Sie haben 30 Laken, Startpreis, 19 Euro in den Standardmaßen. Und vor allem hier in diesem wahnsinnig angenehmen, weichen Bebermaterial. Beber, Deluxe, habe ich hier für Sie dabei. 19 Euro. Sie bekommen vor allem zwei Stück zu einem Preis in den Standardmaßen. Und das sind unsere auffälligsten. Und die sind ein toller Kontrast. Die sind richtig geil. Die Farbe kriegen Sie momentan noch nicht her. Das ist momentan die Laken. Wussten Sie eigentlich, was der schmutzigste Gegenstand in jedem Haushalt ist? Die Matratze. Meine Kollegen schlaftrunken. Die haben alle keine Ahnung. Meine Damen und Herren, der Kühlschrank, äh nicht der Kühlschrank, jetzt zeige ich es auch schon. Nein, das ist nicht der Kühlschrank, das ist wirklich die Matratze. Die Matratze ist der schmutzigste. Nein, das stimmt. Weißt du warum? Jeder Mensch schwitzt nachts. Nein, das stimmt. 1,5 Liter schwitzt jeder Mensch nachts in die Matratze rein. Und Schweiß ist doch unhygienisch. Und dann Staub und dann Milben. Und jetzt passt 20 Kilo Hautschuppen im Laufe eines Lebens. Das heißt, die Mikrofaserspann mit Leitungen sind sie perfekt abgeschottet von der Matratze. Also die sind hundertprozentig Milben undurchlässig. Da können keine Milben durchkommen. Vor allem haben wir eine richtig geile Farbe, finde ich. Und das wird das Geld für 7,50 Euro gleich nur noch. 27 freie Plätze 01377170123 aus Österreich 0900474123. Ich finde die richtig cool. Farbe bekennen, mal einfach Mut zur Farbe. Das Besondere übrigens an diesen Spannbettlatten kommt nicht natürlich. Und das Besondere hier, schauen Sie mal, wir haben eine Gummizut, der komplett, tut, tut, komplett um das Laken herum geht. Also nicht nur die Ecken sind hier. Eine richtig tolle, reißfeste Qualität haben wir. Wir wetten ums Auto putzen. Ne, wir wetten ums Recht. Ich fuh... Mh, mh. Du kannst gerne mal mein Auto putzen, ja? Also Sie sehen auch reißfest, knüterfest und sie brauchen die auch nicht mehr zu bügeln. Das finde ich auch sehr praktisch. Und auch eine tolle Farbe. Also wirklich einmal was Peppiges, was Modernes. Vor allem die sind so modern, die gibt es in den meisten Geschäften noch gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Also wenn Sie dabei sein möchten, dann jetzt 0137717013. Wir haben noch 23 freie Plätze. Wir sind jetzt bei 12 Euro mit dem nächsten Preissprung. Und wie zum Beispiel Schnüffel, Schnüffel, können Sie auch hier jederzeit mit dabei sein. Wie Schnüffel auch als Neukunde. Das funktioniert ganz einfach. Und zwar können Sie sofort mitbieten unter der 0137717013. Oder Sie bieten über das Internet mit unter www.102-3.tv. Ui, schon mal da haben wir viele Frauen dabei. Bismarck, Indy. Kann ich mal noch unsere Mitbieter begrüßen? Der Preisturbo ist jetzt auch noch aktiv. Ab jetzt fällt der Preis in doppelter Geschwindigkeit. Bismarck, Lindy, Schnüffel, Frike ist dabei. Blackie, Zicken, Zicken 82, Barbara ist dabei. Charlene, Face, Blondie, äh Bondi und Klaus ist noch mit dabei. Und ab jetzt kommt der Preisturbo. Das bedeutet, der Preis fällt in doppelter Geschwindigkeit. Das letzte Schnäppchen unseres Weltspartages. Die letzte Auktion. Ich sag hier gleich Tschüss. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Und wir sehen uns auf jeden Fall die nächsten Tage wieder, wenn Sie möchten.